Man, 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 ey. Oh, Schwierigkeitsgrad. Kämpfe sind einfacher für Spieler, die sich lieber auf die Handlung konzentrieren. Das Spiel... Der Schwierigkeitsgrad zeigt halt einfach nur an, wie viel du grinden musst, im Endeffekt. Nee, oder? Die Kämpfe sind einfach anders. Ich will aber normal. Oh, der kann jederzeit angepasst werden. Dann nehmen wir es nochmal an. Das ist schon mal gut am Spiel. Ich hasse es, wenn ich mich am Anfang etwas festlegen muss. Es war auch schon das genau das gleiche wie bei fucking, äh, wie heißt es nochmal? Komisches Homo-Spiel. So, jetzt geht's. Es ist halt schon ein bisschen nervig, ja. Und dann merkst du auf einmal so, oh. Oh, das ist doch ein bisschen schwieriger. Epic? Schmeckt cool aus. Epic? Geh auf, Oli-Boy! Bist du nicht auf, Daisy? Lass dich auf, Mr. Droppy! Es ist einfach auf der Weg! Hä? Hä? Oh! Hä? Oh! Hey! Warte! Warte! So, das ist... ...deuntes Welt. Das ist richtig! Ein ganz anderes Welt! Wunderschön, innit? Ich glaube, das ist sehr vorspannend, wenn ich gerade 20 mal im Hintergrund gehört habe. So ungefähr. Was ich auch cool finde, ist es irgendwie bodenständig. Ja, es rastet nicht so aus, das Game. Ich brauche nicht irgendwie so einen Pegasus, der irgendwo runterkommt und dann einfach so... Ich habe dich jetzt gerettet! Das Camp-System ist im Endeffekt Pokémon. Yeah! Du kannst also die... Ich sag einfach nur, dass du... Es ist zwar kein Spoiler, aber okay. Du kannst irgendwelche Sachen befehlen und die machen es dann. Nein, aber du hast im Endeffekt Pokémons. Es... Es gibt keine Pokémons, Mann. Es gibt keine Pokémons! Das Pokémon, die Pokémon. Pokémon. Eigentlich. Es ist ein dicker Noob. Es ist ein dicker Noob. Oh Mann. Verrückt. Oh, was ist denn da? Oh oh. Hauptsache der Vorspann ist einfach mal länger als manche andere Spiele. Call of Duty. Was ist denn da los? Warum ist denn das in eine echte Welt? In eine echte Welt. Haha. Plot-Twist, Bro. Oh nein, ich hasse echte Welten. Plot-Twist. Plot-Twist. Miss Tallenge. Du bist da oben, honey. Oh, ich habe fast vergessen. Philipp findete dich? Er sagte, er hatte etwas, was dir zu zeigen, dear. Wirklich? Also er hat es endlich fertig, hm? Wann du jetzt wissen, wo er ist? Wann du das jetzt? Er hat gerade mit einigen Verkaufungen für mich geklappt? Wann du mir nicht glauben? Das ist halt so. Das ist das, was du willst. Ollie, bleib hinter dir, Mutter für mich. Hier. Mein brain ist schon am arbeiten. Das hat schon die erste mögliche Erklärung. Oh, meine Aber-Media-Karte rutscht da gerade runter. Hey, Ollie! Find ich in deinem PC drin? Nein? Ist das ein Externer? Okay. Weiß ich ja nicht. Du hast mich doch zum Kauf beraten. Ich habe gesagt, dass ich den Kauf beraten kann. Krass, Mann. Ist ja hier volles Tutorial, ey. Ich sag doch. Aber nein, Henrik weiß ja nie, was ich überstehe. Sie erklären, wie ich es laufe, Alter. Du benutzt den linken Stick. Aber was? Der linke Stick? Ich dachte... Ich bin unser Steuerkreuz. Ich dachte, ich muss es mit meiner Hand steuern. Ja, das ist so. Also, was Miss Leila sagte? Ist das wirklich was ich denke, das ist? Nein. Was anderes wäre das, dumm dumm? Boi, du bist etwas anderes. Gib mir Gum-Gum. Also, was machen wir jetzt? Was anderes? Wir nehmen unsere erste Spin. Tonight! W- Tonight? Aber ich kann nicht. Ich meine, ich muss meine Mutter fragen. Und... Klar, klar. Du sagst deine Mutter. Und dann, wann wir das machen? Huh? Tomorrow? Im nächsten Jahr? Well, ich... Nein, aber... Okay. Wir werden es heute Abend. Aber wir müssen reale kalt. Natürlich, wir werden. Okay. Heute Abend. Natürlich! Danke! So... So, this is the child, who will save the world. Or, so says the crystal ball, the radiance. Hm... The dark djinn's power alone will not suffice. Oh mein Gott, die Karte! Die Karte? Das Map. Übrigens mal gucken, ob du den Plot wirst, den ich mir jetzt... Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist, auch schon ungefähr nach so 10 Minuten dir denkst, den ich mir denke, den es später irgendwann in dem Spiel geben wird. Ich würde mich interessieren, eure belanglosen menschlichen Probleme nicht. Dann redet ihr doch nicht mit denen. Ja, mich auch nicht. Muss aber trotzdem. Ja, ich will wissen, vielleicht geben die mir Potions oder so. Potions, ja. Weil du auch nicht gerade voll im Plotio drin bist. Dein Sohn, der macht Unfug, Mann. Fucking Unfug, dein Sohn! Der ist 10 Jahre, der macht keinen Unfug. So, alles ist ja gut. Bin ich ja beruhigt. Mutter, ihr Milch hab ich mitgebracht! Mach mir Eistee draus! Hä? Heißt, die macht man nicht was für mich? Hey, Mom! Ich habe die Bewerbungen. Danke, Sweetie! Mach sie auf den Tisch, bitte? Sag, Mom. Hm? Habt ihr was gesagt, Sweetie? Ähm, du bist heute Morgen ein bisschen beschäftigt, hm? Ähm, die dunklen Pläne. Ja, ich glaube, ich werde. Oh, du werde, hm? Well, du stopf so mysteriös und brauchst dein Frühstück. Du wirst früh nach Schule. Das ist immer der beste Spoiler für Philip. Ja, vom alle sterben. Aber was soll jetzt... Ich glaube nicht, dass du das so übersetzen sollst. Sei ruhig, Mann, sei ruhig! Sei ruhig, ist gerade... Ich muss... Oh, der fucking Wagen hier, Mann. Ich meine, das hier von den bösen Einflüssen umringt. Aber ich habe schon den Plot Twist raus. Welchen? Das ist eigentlich eine Wirklichkeit der Böse und der Zerstörer aller Welten. Das sagt die Evil Locke, die er da vorne hat, ne? Ja. Und die blaue Hose. Ey, geh mal in Philips Werkstatt, Alter. Drück... 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 Y... Y... Das ist kein Y. Das ist ein Dreieck. Du sagst, wenn's nicht mehr geht, ne? Du sagst, wenn's nicht mehr geht, ne? Okay, I wanna save. Because I have made so much progress already. Einstellungen... Und hier ist nix. Ich hab also nix in meinem Inventar. Das ist sehr traurig. Aber es ist leider so. Jetzt wacht die Mutter, obdekte sich... Oh mein Gott, mein Kind rennt nachts irgendwo draußen! Alter, ganz ehrlich, als kleines Kind renne ich doch noch nicht nachts irgendwo draußen rum angezogen und renne vor der Mutter weg. Also was hätte ich ja nicht gemacht, als sonst nicht. Es ist der, der ist doch der Böse mit der... Ich finde, man ist hier... Man ist hier schon ziemlicher Draufgänger. Ja. Man ist hier schon ziemlicher Draufgänger. Aber hast du das ja als kleines Kind nicht gemacht? Nein, ich nicht. Ich war mal brav, ich hab mal Videospiele gespielt. Ich hab mich mal gefragt, ob ich nicht ne Kassette gehört habe, die nochmal umdrehen darf. Und die andere Hälfte da voneinander. Oh, jetzt kommen die dicken Cut-Sequenzen. Oh, da ist das blöde Mädchen. In here. What are you looking at? Hahaha. What is it with that kid? What kept you slowpoke? Sorry, my mom just wouldn't go to bed. So, is it finished? Sure is. The last bearing's in. And she's prime for action. Wanna see? Do I ever? Alright. Here goes nothing. Okay. Woah. Holy shit. Oh, is this neat, Phil? This is so, so neat. Das krieg ich nichts Draufgänger mit der Brille. It's so neat. The new Coop Deluxe ain't got nothing on us, Oli. It's not even close. So, you ready to hit the road, kiddo? Yeah! Hehehe. 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 Weißt du, das Mädchen, das uns vorhin so angeglotzt hat, die hat nen Sprung in der Schüssel, aber echt. Al hörtalo, der ist voll der Assi, alter. Aber ich hope so reden echt Kinder. So ungefähr so hab ihnen euch brauch gerät. So, das bin ich so. Ja doch, ich habe auch manchmal schon echt böse Sachen gemacht. Oh, er guckt nach. Es ist ein bisschen äh, es ist raus. Es ist schlecht. Bitte, Oliver, nicht gehen. Wer bist du? Wie kennst du meinen Namen? Oli!